Heute stelle ich Ihnen die Funktion und Bedienung Ihres ImageRun Advanced DX Baureihe vor. Die zweite Einstellung bezieht sich auf das Vergrößern beziehungsweise Verkleinern des gewünschten Drucks. Hier haben Sie die Möglichkeit über die vorgegebenen Schritte die Skalierung zu wählen oder sich mit den Zahlentasten für eine selbst definierte Skalierungsfaktor zu entscheiden. Mit OK bestätigen Sie die gewünschte Größe. Als nächstes haben Sie die Möglichkeit sich für eine Quelle des Papiers zu entscheiden. Dazu drücken Sie den Button Papier wählen, wo Ihnen sämtliche zur Verfügung stehende Quellen angezeigt werden. Grundsätzlich wählt das System das passende Format automatisch für Sie aus. Über den Button Endverarbeitung haben Sie die Möglichkeit je nach Ausstattung Ihres Systems diverse Heft-, Loch- oder Sortierfunktionen auszuwählen. Unter der Funktion Doppelseitigt haben Sie die Möglichkeit doppelseitige Originaldokumente zu einseitigen beziehungsweise doppelseitigen Kopien zu machen. Zudem können Sie auch einseitig Original doppelseitig ausgeben lassen. Unter dem Menüpunkt Dichte können Sie zu schwache Originaldokumente mit mehr Dichte versehen, so dass Kopien besser lesbar werden. Sollten Sie bestimmte Einstellungen als Standard bevorzugen, haben Sie die Möglichkeit über die Taste Menü Standard Einstellungen ändern und speichern, diese als Grundeinstellung festzulegen. Über den Button Adressbuch können Sie Ihre vorgegebenen Scanadressen und Farbe wählen. Diese bestätigen Sie mit OK. Es können auch mehrere Scanziele gleichzeitig für einen Scan gewählt werden. Auf der rechten Seite des Bildschirms haben Sie nun die Möglichkeit das Dateiformat und die Qualität der erzeugten Datei zu verändern. Als erstes legen Sie fest, ob Ihr Dokument in Farbe oder schwarz-weiß gescannt werden soll. Danach besteht die Möglichkeit die Auflösung anzupassen. Es empfiehlt sich bei der Standardauflösung von 300 x 300 dpi zu bleiben. Im nächsten Schritt können Sie das Dateiformat wählen. Standardmäßig ist hier PDF kompakt vorgegeben, welches ein Maximum an Qualität bei einer möglichst geringen Datenmenge garantiert. Es besteht weiterhin die Möglichkeit auf andere Dateiformate wie TIFF, JPEG oder beispielsweise OOXML auszuweichen. Sind diese Einstellungen all Ihren Wünschen angepasst, haben Sie zudem die Möglichkeit vorzugeben, ob das Originaldokument doppelseitig ist. Unter Optionen finden Sie weitere Einstellmöglichkeiten für Ihren Scan. Näheres erfahren Sie in der Bedienungsanleitung des Systems. Sollten Sie bestimmte Einstellungen als Standard bevorzugen, haben Sie die Möglichkeit über den Button Menü Standardeinstellung ändern und anschließend speichern, dieses als Voreinstellung festzulegen. Es kann beim Absenden von Druckaufträgen unter Umständen vorkommen, dass am System die rote Lampe blinkt, es aber nicht anfängt zu drucken und am unteren Rand des Displays die Fehlermeldung Papier nachlegen erscheint. Dies hat nicht die Ursache, dass zu wenig Papier in der Kassette ist, sondern dass der Drucker einen Druckauftrag mit einer abweichenden Grammatur, einer nicht gewünschten Papierquelle oder einem nicht vorhandenen Papierformat empfangen hat. Dies lässt sich entweder durch Änderung im Dokument vor dem Senden an den Drucker oder temporär mit folgenden Schritten beheben. Drücken Sie die Taste Systemmonitor am Bedienfeld. Jetzt öffnet sich ein Bildschirm, in dem links der Drucker rechts die verfügbaren Kassetten und oben das vom Dokument geforderte Format sowie die gewünschte Quelle dargestellt wird. Mit Auswahl einer der verfügbaren Kassetten und dem Drücken der OK-Taste wird dieser Fehlraumgang und Ihr Druckauftrag ausgegeben. Heute zeige ich Ihnen, was Sie tun müssen, wenn Ihr Canon Image Runner Advanced DX6670i einen Papierstau verursacht. Sollte der Canon einen Papierstau machen, zeigt er Ihnen im Display genau, was Sie tun müssen. Hierzu öffnen Sie die betroffene Papierkassette und schauen, ob sich dort eventuell Papier verhakt hat. Sie können alles, was grün ist, bewegen, drehen und öffnen, um so den Papierstau eigenständig zu beseitigen. Das Display zeigt Ihnen aber auch genau an, was für Schritte Sie einhalten müssen. Bei Streifen, die bei Kopien oder Scannen über den Originaleinzug auftreten, sind die hier gezeigten Scannergläser durch Sie zu reinigen. Bei Tonerwechsel ist wie gezeigt vorzugehen. Öffnen Sie die vordere Abdeckung, entfernen Sie die leere Tonerflasche und setzen Sie eine neue wieder ein. Wenn auf Ihren Ausdrucken helle Streifen das Bild unterbrechen, öffnen Sie die vordere Abdeckung und nehmen Sie den blauen Reinigungsstab aus der Fronttour. Diesen führen Sie nacheinander in die Öffnung ein, um die Staubschutzgläser des Lasers zu reinigen. Um den Alttonerbehälter zu wechseln, öffnen Sie die gezeigte Klappe, entfernen Sie den vollen Behälter und ersetzen ihn durch einen leeren. Folgende Hinweise sollten Sie beachten, um Papierstaus und fehlerhafte Ausgabe vorzubauen. Achten Sie auf die Qualität des gekauften Papiers. Kaufen Sie das für den Drucker empfohlene Papier. Lagern Sie das Papier richtig. Legen Sie das Papier sorgfältig ein. Vermeiden Sie die Mehrfachnutzung von Papier. Beim Papier gibt es zahlreiche Qualitätskriterien, die man beachten sollte. Die wichtigsten sind ein ordentlicher Schnitt der Papierkanten, ein niedriges Durchscheine der Rückseite und natürlich eine gewisse mechanische Festigkeit. Es ist immer zu empfehlen, vor Anschaffung größerer Mengen eine Probe zu verwenden, um zu sehen, ob Papier und Drucker harmonieren. Wenn Sie das passende Papier für Ihren Drucker gefunden haben, ist die richtige Lagerung unablässig. Grundsätzlich sollten Sie bei der Lagerung auf folgendes achten. Papier in trockenen Räumen lagern. Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit berücksichtigen. Papier nur original verpackt lagern und nicht in Bodennähe lagern. Sollte das Papier zu feucht sein, kann dies zu Stau oder zu einem Zusammenrollen der Blätter im Auslauf führen. Am besten ist es, wenn Sie die Schublade Ihres Laserdruckers immer mit einem ganzen 500-Blatt-Stapel befüllen. Somit verbleibt kein Papier ungeschützt in der unangebrochenen Umverpackung. E-Maintenance gibt Ihrem Canon-System eine Stimme. Canon E-Maintenance ist ein Ferndiagnosesystem, das Ihre angeschlossenen Systeme rund um die Uhr überwacht. Es bestellt automatisch Toner nach, es sendet Fehlermeldungen, noch bevor Sie den Techniker rufen müssen und übermittelt die aktuellen Zählerstände. E-Maintenance stellt sich als ein aktives Servicekonzept dar, mit dem sich die Wirtschaftlichkeit und Verfügbarkeit eines Drucksystems steigern lässt. Bei aktuellen Canon-Systemen finden die E-Maintenance-Kommunikation vom System zum Canon-Host direkt über eine verschlüsselte SSL-Verbindung statt. Der Verbindungsaufbau erfolgt ausschließlich vom Canon-System aus. Ein Zugriff von außen auf das System ist nicht möglich. Um ein E-Maintenance zu nutzen, sollte es nicht schon an Ihrem System eingerichtet sein, so sind lediglich zwei Schritte von Ihnen durchzuführen. 1. Kommunikationstest und folgenden Schritten an Ihrem System ausführen. 2. Eine E-Mail mit der Seriennummer des Systems und dem Ergebnis des Kommunikationstests an em.canon.de senden und den Rest kümmern wir uns für Sie.